Was hält uns gesund? Was macht uns krank? Was können wir tun, um besser die Gesundheit der Bevölkerung zu erreichen? Welche Rolle spielen zum Beispiel genetische Faktoren, Umwelteinflüsse oder auch Arbeitsplatzbedingungen? Und das gilt es halt zu erforschen und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Wie können wir uns in Zukunft besser vor diesen Erkrankungen schützen? Wie können wir eine effektive Vorbeugung betreiben? Alle Daten, nach denen wir uns im Moment richten, stammen aus den 80er und 90er Jahren und da brauchen wir neue Daten.